Hallo, grüß euch! Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir doch am Mittwochabend in Salzburg mal so einen tollen Tag, wo man zur Ruhe kommen kann. Heute macht man sowas wie einen Martinsumzug oder einfach einen Laternenumzug, genau als weiß ich selbst nicht, wo ich euch heute mitnehme. Ich habe es euch in meinem letzten Video angekündigt, da habe ich es mal kurz angesagt, dass da Menschen treffen wollen wegen so einem Martinsumzug. Und darauf gekommen bin ich ja, wenn ihr euch noch erinnert, dass ich mich so geärgert gehabt habe, dass ganze Veranstaltungen nicht mehr gemacht werden dürfen, Gastronomien zu haben, wo man gesellschaftlich einfach, ja, lebendig sein darf. Und darum hat es mich so gefreut, dass ich die Veranstaltung jetzt gefunden habe, die was da jetzt dann gleich beginnt. Da nehmen wir euch jetzt mit. Und schauen wir mal, ich weiß eben nicht, was los ist. Lassen wir uns überraschen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte dabei sein, weil gerade jetzt braucht man doch jeden, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, damit man zeigt auch, dass das Einsperren aus Gründen, aus Vierlefant und aus nichtssagender Logik einfach keinen Wert haben, dass wir da alles zu machen jetzt. Und so machen wir jetzt das Leben auf, heute am Mittwoch, am Abend und bis gleich, gell? So, jetzt bin ich da, ich sehe, hinter mir sind schon ein paar Leute da, die was auch ihre Laterne mit haben. Also, ja, sind wirklich, ein paar habe ich schon unterhalten, sind wirklich nette Menschen. Und ich werde jetzt meine Laterne anzünden. Und währenddessen brauchen wir eh nicht mehr viel quatschen. Genießt so einfach den Tag jetzt mit der, mit den Impressionen, die euch jetzt aufnehmen. Und vielleicht unterlege ich ja nicht die Musik. Mal schauen. Okay, dann. So, auf geht's. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, ja unten, da leuchten wir. Mein Licht ist, was ist mir der Punkt, da in einer Wammelabung. Mein Licht ist, was ist mir der Punkt, da in einer Wammelabung. Mein Licht ist, was ist mir der Punkt, da in einer Wammelabung. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus, da in einer Wammelabung. Das ist, was ist mir der Punkt, da in einer Wammelabung. Ich habe dann zu lange nicht mehr gewählt. Was ist mir der Punkt, wie ich schon seitdem habe, ist es noch ein Thema. Dann marschieren wir los. Das war's. Das war's. Ja, da wird man wieder jung. 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 Ja, da wird man wiederung. Untertitelung. BR 2018 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 Ich trage mein Licht und fürchte mich nicht, Rabimel, Rabamel, Rabum. Ich trage mein Licht und fürchte mich nicht, Rabimel, Rabamel, Rabum. Ich trage mein Licht und fürchte mich nicht, Rabimel, Rabamel, Rabum. Ich trage mein Licht und fürchte mich nicht, Rabimel, Rabamel, Rabum. Ja, und weil es so schön war, haben wir heute noch eine Extra-Runde, eine Ehrenrunde gemacht. Und somit bedanke ich mich wiederum, dass ihr alle mit dabei wart und hinterlasse euch mit dieser Botschaft, dass eben das Spazierengehen eben so wichtig ist, weil wir haben ja in der Schule gelernt, schon als kleines Kind hab uns das eben beigebracht, viel spazieren zu gehen, draußen an der frischen Luft zu sein, frische Luft zu schnappen, dass das Immunsystem ankurbelt. Und somit kommt man dann super, gut und sicher über den Winter und das dann auch kombiniert mit schönen Begegnungen, die das Herz erwärmen. Dann kann dann beim Spazierengehen nichts mehr schief gehen. Und somit kommt's gut über den Winter mit unseren neuen, schönen, hilfreichen Tipps und Tschüss. Und das ist das, wie es ist das, wie es ist.